Herzlich willkommen zur 56. Lektion von unserem Online-Training Neukundengewinn und Verkaufen mit dem Internet. Diesmal geht es um eine weitere Traffic-Strategie, nämlich die Frage, wie können Sie mit Videos im Internet Traffic generieren, also Besucher auf Ihre Webseiten ziehen. Das ist ein zweiteiliges Modul, denn Sie werden sehen, es ist sehr umfangreich. Sie müssen zunächst mal ein paar Entscheidungen treffen, damit Sie Ihr Video richtig auch produzieren, damit es die Ergebnisse erzielt, die Sie sich auch wünschen. Und im zweiten Teil zeige ich Ihnen dann, wie Sie Ihr Video ins Internet distribuieren und damit die richtigen Besucher anziehen. Wie immer viel Spaß, wir sehen uns nächste Woche. Dirk-Michael Lambert, bis bald.